Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lucky Race auf RandyMC. Ich bin hier auch direkt in einer Runde. Ich habe eben gerade schon eine Runde gespielt. Das Jump'n'Run war ich Erster, aber im Kämpfen war ich, glaube ich, Dritter. Ja. Wahrscheinlich seht ihr die Runde nicht. Vermute ich mal. Ich glaube, da hatte ich irgendwie nicht aufgenommen oder so. Keine Ahnung. Oh, ich bin gerade mit meinem PalitTV-Account online. Jetzt habe ich auch einen Dia-Block. Also, ich weiß nicht. Manchmal habe ich dann schon einen Full-Dia, dann muss man keine Dia-Rüstung mehr craften. Oft crafte ich mir aber auch noch was dazu. Also, ist ja schon mal ganz praktisch. Das ist eine meiner Lieblings-Maps. Jetzt habe ich, glaube ich, zwei Pferdereiter hintereinander bekommen, oder? Keine Ahnung. Kann ich ja im Video nochmal nachgucken. Und noch einen Dia-Block. Okay. Und jetzt habe ich negative Effekte bekommen, die mir eigentlich egal sein können. GG. Eine Dia-Brustplatte bekommen, obwohl das das Dia-Teil ist, was man am wenigsten braucht. Aber na gut, im Fall kann ich mir auch noch Diamant-Rüstung dazu craften. Ich glaube, der eine öffnet die Lucky-Blöcke nicht, weil der ist jetzt schon auf acht. Oh, nee. Da ist immer... Diesen Jump verkacke ich immer, wenn ich nicht darauf aufpasse, bei welchem Jump ich gerade bin. Na ja, muss man kurz anhalten. So, das hier ist eigentlich einer der, ich würde sagen, eher schwierigeren Sprünge. Okay, die habe ich jetzt ganz gut geschafft. Ich weiß noch, bis ich, bevor ich das, also ich hatte diese Stage eben, da brauchte ich damals Jahre für, bis ich sie dann einmal richtig gut hinbekommen habe. Und jetzt schaffe ich das auch eigentlich immer. Ich kriege Brustplatten, das ist aber das, was ich am wenigsten brauche. Dia-Blöcke. Also Full Dia kann ich mir schon mal craften. Nein, 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 nein. Wenn man hier dann runterfällt, das ist dann wirklich traurig. Ich habe ihn. Jetzt hat er hier noch zwei Wölfe. Ach. Er könnte schon ein bisschen hartnäckiger werden. Aber er sieht, dass ich Full Dia anhabe. Autsch. Jetzt bemerkt er, dass mein Schwert schlecht ist. Oh, was? Ich habe ihn. Nein, hier ist der andere. Ich tanke ziemlich gut. GG. Ja, da kann ich jetzt auch nicht viel tun. Besserer Hell. Ich habe... Ah, jetzt habe ich einen Lean Stick. Und ich habe auch einen Verzauberungsdisch. Also jetzt bin ich wirklich gut ausgerüstet. Aber ich kann auch nicht verzaubern, weil ich keinen XP habe. Oder zu wenig XP. Dämmerig. Aua. Mist, ich habe kein... Nichts gegen Feuerschaden. Jetzt hat er mich, glaube ich, mitgeheilt. Er sieht mich nicht, oder? Ne. Oh mein Gott. Was? Ich habe ihn? Ne, das ist der Beste. Wieso? Muss ich jetzt unbedingt gegen den Besten kämpfen? Ja, der hält sich halt erstmal schön raus, ne? Ja, GG, ehrenlos. Das ist ehrenlos. Aber jetzt kann ich wenigstens Goldäpfel bis zum Ende fressen. So, jetzt geht es auch los. Never. Die Map, ja. Ist ganz gut eigentlich. Also es gibt so ein paar Maps. Zum Beispiel Super Mario. Geht gar nicht, weil da komme ich ab einem gewissen Punkt ziemlich früh nicht mehr weiter. Das macht dann einfach keinen Sinn. Ja, Never kann ich halt komplett durch. Das war die Map vor der Aufnahme, die ich gewonnen hatte, sage ich mal. Aber es... Äh! Oh. Ja, XP. Ich frage mich, wieso der jetzt schon bei 2 ist. Aber egal. Ich bin jetzt bei 7. Es gibt ein paar, die sind bei 8. Ich weiß nicht, ob die einfach nur wirklich gut sind oder die Lucky Blöcke nicht aufmachen. Bekomme ich hier noch Dias? Ach man, jetzt sind meine Dias weggepackt. Oh ne, gut. Ich habe sie bekommen. Es wäre traurig, wenn ich sie nicht bekommen hätte. Die Map ist noch gleich zu Ende. Ich hoffe, ich schaffe es einfach noch bis zum Ziel. Also von Kampf könnte ich mir jetzt eh Full Deer machen. Ich wäre jetzt bei 9. Nein. XP brauche ich eh nicht mehr. Ärgerlich ist es, wenn da irgendwas rauskommt, was er dann wieder runterschopst. Was habe ich bekommen? Ach nee, nicht das. Jetzt habe ich eine Hose. Ja, man hat das Ziel erreicht. Noch ein paar Sekunden. Das ist der Zielort. 9, 8, 7, 6, 5. Ich habe das Ziel auch noch. Illuminati-Bogen, GG. Ja. Ich habe den Illuminati-Bogen. Der ist ziemlich stark, sagen wir es mal so. Okay. Ähm, mal gucken. Ich habe auch noch, für den Notfall habe ich halt immer den Bogen. Mist, wie viel... Ich glaube, der... Nicht mehr viel. Ja. Habe ich es mir doch gedacht. Okay. Also ich weiß, ich bin gut ausgerüstet, aber halt nicht am besten ausgerüstet. Es wäre mal interessant, wie viel Damage der Bogen macht. Anscheinend ziemlich viel. Ja, okay. Okay. Wieder schon drei... Wieder noch... Wieder mal drei HP. Das... Ich habe noch einen, die anderen beiden haben drei. Ja, schießt... Gib mir schön Pfeile. Jetzt kommt halt auch noch der andere. Oh Mist, jetzt habe ich mich selbst getroffen. Ja, jetzt bin ich gleich tot. Ne, jetzt misst er... Das werde ich nicht schaffen. GG. Ich würde sagen, das war es mit der Folge. Gib ein Like und ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.